sehr schön das dinge ist ich habe noch 19 schuss weißt du wo die kiste war die kiste boah kiste habe ich jetzt gar nicht gesehen hat aber den ganzen laufen hier ich gehe jetzt in der waffenkammer jetzt wird es gerade ein bisschen ruhiger oder doch nicht ich versuche jetzt einfach mal die waffe aufzuwehren dann kriege ich ja auch wieder munition waffen auf werden reicht meist schon ich muss meine waffe auch aufwerten ja irgendwann bringt sie nichts mehr obwohl hier so hallo was machst du denn dahinten zum hangar was willst du da werden die waffe auf werden ist doch hier wo zeig hier aber hier hoch in der waffenkammer ist einer ja das kiste auch scheiße kist ist das nein waffenkammer in meiner waffenkammer da kannst du auf werden woran sagen willst du denn da kommen noch zwei zombies 3 na komm mit ganz hinten an der wand ist auf werden wo ist denn die kiste jetzt interessieren die kiste ist aus hier ja die andere ist glaube ich auch aus ja die ist auch aus wo soll die nächste sein wo bist du jetzt in waffenkammer aber ich gehe jetzt wieder zurück in den großen raum ich komme mit ich brauchte eine zweite waffe aber das hat sich jetzt erledigt welchen großen raum meinst du nach ins außengelände ja der mit dem fahrzeug ja dann komm doch hierher wo bist du denn ich bin auf dem weg wo alter was hier abgeht oh nein teleporter wer ist denn ich bin schon hier naja kriege ich noch aus einem löchern raus jungs da hinten ist wieder so ein teil wieder so ein extra ne jetzt hebt er sich das ding auf warum soll ich kenne ich brauche munition das ist mein problem ich muss einmal die kiste ran das ist sehr gut man muss mich da auch aus hier ist gleich ende bei den letzten 21 schuss na gut alter was machst du da kollege ein bisschen mit der hässlichen pistole noch umballern 100 schuss brauchen wir jetzt ist gleich die eng auch geil nein 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 weiter nachladen ist einer von euch bei der bei der bombe ich habe gerade ein bisschen zu viel zu tun ne ich bin nicht bei der bombe ja ok wo schon entschärft ich bin ja bei dir alles klar alle hin also geld habe ich jetzt wieder genug gleich zum aufwerten 6000 habe ich gleich ich muss auch vielleicht mal wieder aufpimpen irgendwann reicht es einfach nicht mehr wenn die auf level 20 erstmal ist junge dann geht die ready ab dann muss erstmal hinkommen da lass uns mal aufpimpen gehen komm wir gehen zurück ich wüsste wo die kiste wäre als ersatz war verholte ich mir jetzt hier an der wand die utzi 1000 egal utzi ist besser als pistole und wieder zurück ja komm hier durch oder wo ach du gehst da durch ok die utzi ballern soviel man will das ist sehr gut wenn du unbegrenzt moon hast musst du mit low waffen ballern kriegst du mehr punkte jetzt ist nicht mehr aktiviert was ist eigentlich der blitz nochmal was war das energie da kannst du die kisten alle armen naja so war das stimmt geh schnell hin morsch ich bin hinter dir jawohl ich habe diese geile wumme ich habe diese querschuss wumme ich habe jetzt hier so eine doppel sac 3 gekriegt im akimbo das war eigentlich gar nicht verkehrt aber die ist auch immer rotzenschnell leer na komm die waffe ist gut die muss ich nur aufwerten na komm 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 ganz ehrlich hier sehe ich manchmal so wenig zombies die ständig abgelenkt sind auf die anderen zu laufen damit das echt viele punkte kosten kann oh teleporter nervensäge die akimbo waffen sind immer schnell leer wahnsinn ja 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 oh einer liegt da ja hinter komm nicht alle killen hinter hinter ist gut egal trotzdem hin ja das war wahrscheinlich schon zu spät doch nicht wäre denn hier so eine hardcore wumme ja ja die fallen ja wie die fliegen doch ich komme erstmal zurück ich muss meine waffen auffüllen die limbo ist leer limbo ja diese waffe die diese querschrafen schießt kennst du die nicht ich zeige ich dir gleich mal bestimmt bestimmt schon mal gesehen aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern was ist oh der ist tot hier komm mal da hinten bist du hier komm mal hier was kann die ist sie gut wenn solche ganz viele zombies in einen raus dann schießt du ganz viele strahlen die strahlen drehen sich so vertikal im kreis und dann werden alle zombies getroffen auch nicht schlecht so dann wieder ab in der Mitte hat halt nur hat halt nur sechs schuss da muss ich halt nachladen auch nicht schlecht ah jetzt kommen doggies das heißt dann gibt es auch gleich max ammo die hunde können sich auch teleportieren was ist das denn alter naja du weißt ja es wird immer eine schippe drauf gelegt geht drauf auch jetzt schon volle munition das ging ratzfatz scheiß jetzt holt er sich die credits ab und ich krieg wieder nichts einmal aufwerten gehen einmal aufwerten gehen oh man hochter oh jetzt fehlt mal dresche hier hä was hat mich denn da jetzt so mega mega schaden gemacht ja der Meer ist auch komisch ne was dieser Meer den zombie Meer find ich ein bisschen seltsam keine ahnung oh Bombe Lift ach der ist direkt hier knallt die ab ich bin unsichtbar entschärfen wir haben sogar jetzt verbündet sind die soldaten hier was ist denn alter wo guck doch hier die rumlaufen hier sentinel ich weiß nicht die belohung dafür wenn wir es entschärfen ich bin jetzt ein bisschen länger bleiben hat er wäre schon ganz cool schon wieder volle munition kommen wir doch ein ganzer zentrale soldaten rum aber die hat er kennt uns nicht ist ich habe wirklich gut sowieso wir was drauf haben halt auch was ja alles kommt da da nein mosch rauster nein mosch rauster da rennst du denn hin bleibt doch in der mitte wir schicken dir recht wir schicken dir recht verpiss dich muss ja schon wieder auf werden gehen ja nachladen letzten 150 Schuss wegballern haben schon oh was passiert da es regnet punkte ja jetzt muss ich gleich hin hä alter alter wieso sind denn hier noch so viele krass wie viel hier noch rumlaufen krass wie viel hier noch rumlaufen ja kaum noch munition ob es jetzt habe ich noch zehn schuss egal ich kämpfe mich jetzt einfach durch den letzten zehn schuss mosch wo bist du ich bin hier hinten hier hinten das ist gut egal ich werte auf zack dann läuft es auch wieder mit dem Nachbarn komm schon ich komm jetzt auch zum aufwerten ja macht Sinn ne ja vor allem soll die Runde auch zählen pass so die werden jetzt auch aufgewertet ich glaube ich wette die gleich nochmal auf da ist sie auf Level 7 so jetzt habe ich auch kein Gelb mehr Level 7 alles klar und zurück anderes Perk habe ich mir noch gar nicht geholt schneller nachladen wäre noch nice ja schneller nachladen brauche ich auch gleich flinke hin definitiv hässlicher Teleporter na wo kommen sie und da ist er na komm zack oh irgendwer liegt ist nicht so gesund dass da jetzt einer liegt wo liegt da einer? ach da hinten boah will man da jetzt echt hinlaufen oh oh ho 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 komm wir rennen hin Digga oh jetzt kommt der Rasenmäher hier ach du heil Digga Helf ihm hoch und die reiten den Rasenmäher im land die